Wasserkraft Wasserkraft ist die effizienteste Technologie, um erneuerbare Energie zu erzeugen. Die Modernisierung und Optimierung eines bestehenden Wasserkraftwerks erhöht die Wirtschaftlichkeit ihrer Anlage. Etwa 50% der Wasserkraftwerke sind älter als 40 Jahre. Außerdem, der Bedarf an Wasserkraft, an neuen Anlagen und an der Ausrüstung wächst ständig. Der Geschäftsbereich Service und Rehabilitation von Andretz Hydro ist auf die Optimierung von Betriebsführung und Wartung bestehender Wasserkraftausrüstungen spezialisiert. Andretz Hydro ist der Marktführer. Wir verfügen über mehr als 170 Jahre Erfahrung im Turbinendesign. Wir haben bisher mehr als 30.000 Einheiten mit über 300.000 Megawatt Gesamtleistung installiert. Bei uns bekommen Sie das komplette Lieferangebot bis 800 Megawatt. Erneuerung, Nachrüstung und Modernisierung sind für den Kunden sinnvoll. Warum? Höhere Energieerzeugung durch effiziente Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen. Ertragssteigerung. Reduzierte Unterhalts- und Betriebskosten. Die Einhaltung der Umweltvorschriften ist sichergestellt. Erhöhte Zuverlässigkeit und flexiblere Nutzung der Übertragungsnetze. Modernisierung ist ein komplexer Vorgang. Durch die langjährige Erfahrung im Anlagenbau hat Andretz Hydro einen systematischen Prozess von Diagnose, Analyse und Therapie entwickelt, der die Maximierung des Ertrags für den Betreiber sicherstellen soll. Bei Modernisierungsprojekten ist der interdisziplinäre Ansatz von Andretz Hydro in Forschung und Entwicklung besonders wichtig. Unser Ziel ist die ganzheitliche Optimierung der hydraulischen, mechanischen und elektrischen Leistung. Die universitäre Forschung in den Bereichen Beschichtung, Materialtechnologie, numerische Strömungsnumerik, strukturelle Mechanik und Elektroplanung kann durch weltweite Zusammenarbeit direkt genutzt werden. Führend in der Technologie und nahe am Kunden. Das ist Andretz. Deshalb sind wir mit unseren Servicestandorten weltweit präsent. Den Bedürfnissen unserer Kunden begegnen wir mit individuellen Lösungen, die die technischen, wirtschaftlichen und gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Einige unserer Produkte und Dienstleistungen Lieferung von Komponenten und Ersatzteilen Komplette Automatisierungslösungen Inbetriebnahmeunterstützung Kurzfristige Reparaturen und Modifikationen Inspektionen und Instandsetzungen Restlebensdaueranalysen Risikobeurteilungen Machbarkeitsstudien Schulungen Erneuerung Nachrüstung und Modernisierung Eingang Komponenten und Umwelt